Willkommen in der Show! Vielen Dank, danke für die Einladung, freut mich sehr. Ja, ich bin super gespannt auf das Gespräch. Wir haben ja schon im Vorgespräch jetzt gerade definiert, es könnte kontrovers werden, aber das ist ja auch. Gut, ja. Dort wird es ja spannend, oder? Eben, eben, sonst wäre es ja langweilig. Ja, genau. Aber bevor wir ganz kontrovers reinstarten, vielleicht die Frage, Maurice, wer bist du? Ja, ich bin Maurice Höfgen, qua Ausbildung Ökonom, Betriebswirt und Ökonom tatsächlich. Was mache ich, wenn ich nicht gerade Podcasts mit dir aufzeichne? Habe ich einen eigenen YouTube-Kanal, ich bin Buchautor. Bald kommt mein neues Buch, Der neue Wirtschaftskrieg, schon das zweite. Geht es um die Wirtschaftssanktionen. Im ersten ging es darum, wie funktioniert unser Geldsystem? Da mache ich sehr viel dazu. Ich arbeite im Bundestag, im Deutschen Bundestag, als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik und schreibe, habe eine Gastkolumne in der Berliner Zeitung, halte Vorträge, reise durchs Land und versuche über unser Geldsystem, die Wirtschaftspolitik aufzuklären. Und was mich bei solchen Themen auch immer interessiert, weil es ja schon sehr weit geht und auch abstrakt wird in gewissen Bereichen, Was treibt dich an? Also was ist so diese Vision, die du jeden Tag siehst, warum du am Morgen aufstehst und das machst? Ja, die Vision oder was mich motiviert, ist auf jeden Fall, dass ich erkannt habe, Wirtschaftspolitik, wofür wird wie viel Geld ausgegeben und wofür gibt die Politik kein Geld aus, ist ein riesiger Hebel, um das Leben von vielen Menschen besser oder schlechter zu machen. Wenn man versteht, dass es Arbeitslosigkeit gibt, dass Menschen sozusagen verzweifeln und keinen Job finden und schlechtes Einkommen haben, weil die Wirtschaft nicht gut genug läuft und da wiederum die Politik einen sehr großen Einfluss drauf hat, dann ist sozusagen dieser Hebel Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik viel, viel größer als, sag ich mal, im Kleinen was Konkretes zu machen, sich bei der Tafel zum Beispiel zu engagieren. Ja, das ist sehr ehrenwert und sehr wichtig, aber der Hebel ist kleiner und ich interessiere mich für den großen Hebel, der strukturell ist, der sozusagen auch Ursachen bekämpft, nicht nur Symptomen, nicht nur ausbessert, wenn es schon schiefgegangen ist. Und das hat mich tatsächlich auch erst politisiert, also ich war lange Zeit total unpolitisch und dann habe ich während meines BWL-Studiums wurde ich mal auf die Euro-Krise damals gestoßen und was ist eigentlich in Griechenland los, Pleite und ganz viel Arbeitslosigkeit, muss man sich mal vorstellen, jeder zweite Jugendliche in Griechenland, der einen Job finden wollte, hat keinen gefunden. Also was für eine Verschwendung von Talent, wenn sozusagen junge Leute nach der Schule, nach der Ausbildung, nach dem Studium keinen Job finden. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, bin dann auf das Thema Volkswirtschaftslehre gekommen, also Ökonomik, das ist sozusagen, wie funktioniert die Wirtschaft als Ganzes, nicht nur ein Unternehmen im Kleinen, das ist ja ja Betriebswirtschaftslehre, was ich bis dahin gemacht hatte. Ja, und das hat mich dann politisiert, gecatcht und dann habe ich da im Studium weitergegangen, aber noch viel mehr bin ich Autodidakt, also dass ich selber mir die großen Schinken, die alten Klassiker genommen habe und dann reingegangen bin. Genau. Und so ein bisschen, was ich raushöre, ist weg von Arbeitslosigkeit hin zu was, also was siehst du? Was wäre das Optimum, wenn man es so sagen kann? Ja, also das Optimum ist für mich, dass wir all unsere Ressourcen, die wir in der Wirtschaft haben, bestmöglich nutzen. Bestmöglich heißt dann, aus sozialen und auch aus ökologischen Gesichtspunkten. Wir produzieren geile Sachen in einer sehr geilen Art und Weise, nämlich, dass es für die Leute angenehm ist. Wir geben jedem eine Chance, der beitragen will dazu, der arbeiten gehen will, auch einen Job zu ermöglichen, sein Talent, seine Fähigkeiten auch einzubringen. Ja, weil wenn jemand Arbeit sucht, aber keine Arbeit findet, dann ist das ja sozusagen, das ist Arbeitskraft, das ist Ressource, das ist Talent, was nicht genutzt wird. Das ist ja eine Verschwendung. Und natürlich geht es sozusagen, ist das ein Hebel für mich darum, eine Gesellschaft irgendwie hinzubekommen, die viel Wohlstand hat, in der jeder sozusagen das, was er auch erreichen will, erreichen kann, wo wir solidarisch sind, wo es gerecht zugeht, wo alle eigentlich gut klarkommen und gleichzeitig wir ökologisch auch nicht so sehr auf Kosten anderer Länder leben und auch unseren Nachfolgern, den künftigen Generationen, einen Planeten überlassen, der nicht in Flammen steht. Also auch Thema Klimaschutz, Energiewende, für mich sehr wichtig. Ja, super spannend und auch schön gesagt und darüber werden wir jetzt auch ein bisschen sprechen. Also ich habe auf meiner Liste, auf jeden Fall haben wir so das Thema Geldsystem, Inflation und vielleicht auch noch so ein bisschen Energiekrise rein, weil das, ich bin jetzt aktuell in Brasilien, ich kriege nicht ganz so viel davon mit, aber ich finde es doch wichtig, auch diese Themen hier mal zu besprechen. Und der Grund, warum ich überhaupt aufmerksam auf dich geworden bin, Maurice, ist, weil du etwas gesagt hast, was ich so noch nie für mich hinterfragt habe, nämlich das ganze Thema Inflation, wie ja Inflation entsteht. Also in meinem Netzwerk hat jeder die gleiche Story und zwar wird mehr Geld gedruckt, steigt die Inflation und das ist der Grund. Und deswegen würde ich gerne hier anfangen und vielleicht auch jetzt gerade für die Anfänger hier, für die jungen Leute, die vielleicht jetzt gerade ins Thema reingekommen sind, einfach mal so deine Definition von Inflation gerne hören, so für einen Anfänger. Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig, da anzufangen. Ich schreibe gerade noch ein neues Buch über Inflation, da habe ich auch genauso angefangen, weil was man so hört, wenn man Schlagzeilen liest, wenn man im Internet unterwegs ist, wenn man YouTube-Videos guckt, ist immer, Inflation heißt Preise steigen, ja, so ganz einfach gesagt. Aber das ist nicht das, was Ökonomen eigentlich unter Inflation verstehen. Inflation meint eigentlich einen sich selbst verstärkenden Effekt, bei dem die Preise steigen, das ist sozusagen das Symptom, ja, dann hat die Wirtschaft Fieber, wenn man so will. Aber die Ursache ist, dass es einen Verteilungskonflikt gibt. Wir produzieren was, das ist ein großer Kuchen und wir wollen alle ein größeres Stück vom Kuchen haben und wenn alle ein größeres Stück wollen, dann geht das nun mal nicht. Und dieser Verteilungskonflikt löst dann sozusagen dauerhaft steigende Preise in der gesamten Volkswirtschaft aus. Und das ist, was man Inflation nimmt. Das ist auch das Schreckliche sozusagen, wo Ökonomen Angst vorhaben, weil diese Spirale dann irgendwann nicht mehr aufhört. Ja, wenn sozusagen Gewerkschaften höhere Löhne wollen und die Firmen wiederum, für die die Löhne dann halt Kosten sind, die die Preise erhöhen und dann die Gewerkschaften wieder höhere Löhne, dann hat man die sogenannte Lohnpreisspirale. Und das ist gefährlich. Aber das, was wir im Moment sehen, ist eigentlich gar nicht diese Art von Inflation, sondern wir haben einen Preisschock. Also einmalig sind sozusagen die Energiepreise, Gas und infolgedessen dann Strom nach oben gepusht. Das Niveau hat sich also verändert. Aber es geht nicht weiter. Also es gibt keine sich selbst verstärkende Dynamik, die die Preise weiter treibt. Ja, dafür müsste Gas immer noch teurer werden und Strom noch teurer werden. Aber das, das passiert nicht. Also in Deutschland haben wir jetzt zum Beispiel, dass Putin Nord Stream 1 dicht gemacht hat. Also wir kriegen kein Gas mehr aus Russland. Und das war so der Worst Case. Mehr kann eigentlich nicht passieren. Das war unser wichtigster Energielieferant. Die Hälfte des Gases, das Deutschland importiert hat, kam daher. Jetzt kann es sozusagen nicht mehr schlimmer werden. Jetzt müssen wir gucken, wie wir klarkommen. Aber eigentlich so, das Horrorszenario ist schon eingetreten. Und wenn es nicht mehr schlimmer wird, wenn Gas nicht mehr schlimmer wird, dann steigen auch die Preise nicht mehr weiter. Also es ist einmalig nach oben gegangen, das Preisniveau. Weil uns das Ausland mehr berechnet für Gas, für Strom und für Öl. Und wir im Inland dann mehr dafür bezahlen müssen. Als erstes dann zum Beispiel die Firmen, die Gas importieren. Uniper ist da die große, der größte deutsche Importeur. Die müssen dann mehr bezahlen. Heißt, deren Gewinne gehen drauf. Was machen die? Die wollen das überwälzen in Form höherer Preise auf die Stadtwerke und die anderen Gasversorger. Die wiederum haben auch ein Problem, weil die müssen es ja wiederum ihren Kunden berechnen. Die haben aber lange Verträge und so ist quasi die Frage, geht quasi so eine heiße Kartoffel, wenn man will, durch die ganze Wirtschaft und die Frage ist, wer trägt diese heiße Kartoffel, diesen Preisschock, wer trägt den am Ende? Und darum geht es eigentlich. Im Gegensatz zu dieser ganz vereinfachten Story, es wurde jetzt Geld gedruckt und deswegen sind alle Preise nach oben gegangen. wenn das so wäre, wenn Geldtrucken tatsächlich die einzige Erklärung wäre, dann würde man ja nicht sehen, wenn man auf die Inflationsstatistik guckt, dass Energiepreise plus 40 Prozent und Dienstleistungen nur plus 2 Prozent. Man sieht also da sozusagen eine totale Unwucht da drin und Energie ist teuer, weil sie knapp ist und Dienstleistungen sind nicht wirklich teurer geworden, weil da ist nicht viel Energie drin, da gibt es keinen Grund für die Firmen, die Preise zu erhöhen. Im Gegenteil, die haben sogar Angst, dass wenn sie die Preise erhöhen, dass sie Kunden verlieren, weil sie wissen, die Kunden müssen schon so viel für die Nebenkostenabrechnung einplanen und fürs Tanken und für Lebensmittel im Supermarkt, die können sich vielleicht, wenn der Friseur den Haarschnitt teurer macht, den Haarschnitt nicht mehr leisten und kommen dann nicht mehr. Das wiederum ist dann schlecht für den Friseur. Am Ende kommt aber alles runter auf einen Verteilungskonflikt und höhere Löhne oder höhere Preise bedeuten, jemand will ein größeres Stück vom Kuchen. Es können aber nicht alle ein größeres Stück vom Kuchen bekommen. Das heißt aber trotzdem, um das jetzt nochmal festzuhalten, dass mehr Geld drucken, dem würdest du jetzt nicht widersprechen, dass das in der, rein jetzt von der Theorie und auch von der, wie es abläuft, dann trotzdem auch zur Inflation führen kann. Aber du siehst es jetzt aktuell, also jetzt stand, jetzt gerade, nicht als das Hauptproblem. Es kann zur Inflation führen, ich würde aber immer sagen, dass es eine schlechte Variable ist, ein schlechter Indikator, der erklärt ziemlich wenig, weil wenn wir uns mal vorstellen, was ist die Geldmenge? Ist das Geld, was wir im Portemonnaie haben und auf unserem Bankkonto. Wenn wir jetzt mal alle unser Bankkonto abheben würden, dann gehen wir nach Berlin vor das Finanzministerium und kippen da unser ganzes Geld auf einen Haufen. Wir machen unsere Taschen leer und unsere Konten leer. Das ist ein Riesenhaufen Geld, dann ist das das, was wir Geldmenge nennen. So und jetzt kommt Christian Lindner, unser Finanzminister in Deutschland, noch raus mit einer Schubkarre und schüttet dann noch mehr, 200 Euro Scheine drauf. Dann ist die Frage, passiert beim Bäcker um die Ecke irgendwas mit den Preisen? Nein, passiert natürlich nicht. Der Bäcker kriegt gar nicht mit, ob da Geld drauf geschüttet wird oder nicht, weil die Geldmenge an sich nichts macht. Geld sitzt auf Bankkonten und macht nichts. Damit Geld was macht, muss jemand hingehen, zu diesem Haufen Geld wegnehmen und es ausgeben. Und erst wenn genug oder mehr Leute als vorher zum Bäcker kommen und der kommt nicht mehr hinterher mit einem Brötchen backen und sieht, oh, so viel Nachfrage, vielleicht kann ich die Preise erhöhen, dann sozusagen erhöht er seine Preise. Nicht, weil die Geldmenge an sich gestiegen ist. Die Geldmenge kann man auch mal Unternehmer fragen. Niemand interessiert die Geldmenge. Also die Preisstrategie machen sie nicht davon abhängig, gehen sie nicht ins Internet auf die Webseite der Europäischen Zentralbank, auf die Geldmengen-Statistiken und gucken sich das an, sondern sie gucken, was geht ab in der Wirtschaft? Wie viele Nachfragen habe ich? Wie sind meine Kosten? Was machen meine Konkurrenten? Das sind so die Fragen, die die Unternehmen umtreibt. Nicht die Geldmenge per se. Was aber heißt, wenn sozusagen Christian Lindner hingeht und ich sage mal, er würde jetzt Hartz IV oder so verdoppeln, dann würde ganz viel Geld mehr in den Umlauf kommen, weil diejenigen, die ein kleines Einkommen haben, geben sofort natürlich mehr Geld aus, wenn sie es bekommen. Dann könnte das die Wirtschaft überhitzen. Dann könnten die Firmen alle nicht hinterherkommen, dann könnte mehr Geld zu mehr Inflation führen. Wenn er das aber nicht dafür ausgibt, sondern für irgendwas anderes, sagen wir mal, er senkt irgendwie die Erbschaftssteuer oder was ist jetzt noch so ein gutes Beispiel, oder er zahlt jetzt ganz viele Zinsen an die Halter von Staatsanleihen, dann kommt das Geld danach nicht mehr in Umlauf, weil die es nicht ausgeben, die sparen viel und so und dann führt das eben nicht zur Inflation und deswegen würde ich immer sagen, lass uns doch lieber eine Erklärungsvariable suchen, die viel besser ist und viel direkter wirkt als mehr Geldmenge, weil die ist so prämissenlastig, das funktioniert nicht. So als würde man vielleicht sagen, wenn man viermal die Woche ins Fitnessstudio geht, dann klappt das mit Muskelaufbau, aber man definiert nicht, wie lange geht man hin, wie ist sozusagen der Workload und so, sondern man geht hin, zapft sich ein Getränk und geht wieder weg, da passiert natürlich auch nichts, da kann man hingehen, aber es passiert nichts und deswegen würde ich sagen, Geldmenge an sich, die falsche Variable. Ich gebe dir recht und trotzdem muss ich noch mal ein bisschen mehr verstehen jetzt, im Sinne von, ich gebe dir recht, wenn du sagst, hey, besser und direkter will ich es haben, weil wenn ich jetzt höre, Geld wurde gedruckt, dann lässt mich das als Bürger in der Opferrolle sitzen, im Sinne von, ja, ich kann ja eh nichts dagegen machen, also deswegen verstehe ich, dass diese Story an sich nicht optimal ist und jetzt sagst du, hey, besser und direkter, jetzt ist aber die Frage, wie ist denn die Story, die du jetzt erzählst, wie kommt die jetzt zu mir als Bürger, als einzelne Person, die jetzt hier zuhört, was kann ich heute konkret besser, direkter, anders machen, um dem entgegenzuwirken, um das zu optimieren, um diese komplette Spirale, die du uns vorhin auch aufgezeigt hast, was du ja auch hinzu, wohin, also wohin du willst, zu optimieren. Ja, relativ wenig tatsächlich, das Problem ist, was der Einzelne macht, macht für das große Gesamte kaum einen Unterschied, ja, der Einzelne kann sich nicht rational verhalten, ich mache mal ein Beispiel, der Bäck, wir nehmen jetzt einen Bäckermeister, der steht mit mehlbefleckter Schürze bei sich vor dem Ofen und backt Brot und dann sieht er nebenbei die Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank, die verkündet, die wird irgendwie die Zinsen senken und mehr Anleihen kaufen und bald gibt es mehr Geld und dann denkt er sich, ah, mehr Geld, jetzt erhöhe ich die Preise, ja, wäre, wenn man so will, rational, er greift dem vorweg, wenn er das aber macht, dann hat er ein Problem, wenn der Konkurrent das nicht macht, weil dann wird er teurer und der Konkurrent bleibt billiger, dann hat er zwar die Preise erhöht, aber die Leute sagen sich, ey, Brötchen kosten jetzt bei dem 40 Cent, bei dem anderen 30, gehe ich zu dem anderen und so sieht man eben, dass sozusagen der Einzelne kann sich nicht rational gegen die Gesamtlogik des Systems wenden, ja, und worauf dann gucken, statt auf Geldmenge, nun, auf einerseits, wie ist die Nachfrage in der Wirtschaft, ist die Wirtschaft ausgelastet, ja, sind sozusagen alle Kapazitäten, die wir haben, werden die genutzt und da ist die wichtigste Variable Arbeitslosigkeit, weil das ist, das ist ein Flaschenhals, den man bekommen kann, dass man zum Beispiel keine Handwerker mehr hat, um irgendwas zu bauen, aber wenn der Staat dann viel bauen will, dann kann er das wollen, aber dann geht das nicht und die andere Variable, die sehr wichtig ist, um Inflation zu erklären und zu sehen, sind Löhne. Löhne fallen nämlich auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette an, wenn man was aus dem Boden holt, wenn man es verarbeitet, beim Händler, bei denjenigen, der Werbung schaltet, überall arbeiten Menschen und müssen bezahlt werden. Löhne sind also ein extrem wichtiger Produktionsfaktor und wenn Löhne steigen, steigen die Kosten für die Firmen und wenn man sich auch die Graphen anguckt, ja über lange Zeit, Entwicklung der Löhne und Entwicklung der Inflation, die hängen sehr eng zusammen, wenn man sich hingegen anguckt, Inflation und Geldmenge, dann muss man schon mit viel, viel Fantasie dann einen Zusammenhang und vor allem einen direkten Zusammenhang reininterpretieren. Es gibt also wichtige Indikatoren, nämlich wie ist die Nachfrage, wie ist die Arbeitslosigkeit und wie sind die Löhne, wenn man sozusagen auf Inflation gucken will, nicht die Geldmenge. Und dann ist da noch die Frage, welche Geldmenge, dann wird es sozusagen noch kompliziert, weil es gibt ganz verschiedene Geldmengen und es ist auch nicht so, das ist vielleicht nur ein wichtiger Punkt, dass jetzt die Geldmenge zentral vom Staat gesteuert wird. Das denken auch manche, weil ich auch eben das Beispiel gemacht habe, Christian Lindner gibt Geld aus und dann gibt es mehr Geld. Geld entsteht ja auch, wenn die Bank einen Kredit vergibt. Also wenn der Bäcker jetzt eine Idee hat für einen Ofen, der ohne Gas läuft und dafür muss er investieren und die Bank sagt, ey, du hast ein geiles Geschäftsmodell, dann schöpft die Bank Geld aus dem Nichts, was der Bäcker dann ausgeben kann für seine Investitionen. In dem Moment steigt auch die Geldmenge. Dann steigt aber auch direkt die Nachfrage. Nur mehr Nachfrage heißt auch nicht direkt mehr Inflation, mehr Nachfrage heißt erst mehr Inflation, wenn die Wirtschaft nicht mehr produzieren kann. Wenn der Bäcker einfach mehr Brötchen backen kann, dann wird er das machen. Wenn eine Firma mehr produzieren kann, weil mehr Kunden was nachfragen, dann werden sie das machen, um Marktanteile zu gewinnen. Sie werden nicht direkt die Preise erhöhen. Das wäre schlecht für ihr Geschäft. Ich habe jetzt trotzdem nicht ganz rausgehört, wo jetzt der Ansatz ist. Also auf der einen Seite habe ich was von Handwerkern gehört. Also heißt das jetzt, du suggerierst, dass Leute sich mehr auf sowas spezialisieren sollen, um dort eine Arbeit zu finden. Und auch das Thema Löhne, also heißt es jetzt, mehr Löhne zahlen, weniger Löhne zahlen. Also wen genau sprichst du an und was soll diese Person in deinen Augen tun, um das Problem zu verbessern? Ja, also Inflation ist ein politisches Problem. Es ist nicht der Einzelne schuld dran. Der Einzelne kann höchstens gucken, wie kommt er besser klar, wenn sein Alltag teurer wird. Ja, wenn die Spritpreise steigen, wenn Brötchen teurer werden. Wie kann er sich darauf einstellen? Und das Beste für den Einzelnen ist, zu gucken, dass man mehr Einkommen hat. Weil wenn alles teurer wird und man hat mehr Einkommen, dann hat man keinen Kaufkraftverlust. Okay, das finde ich gut. Mehr Einkommen. So. Mehr Einkommen, genau. Aber das funktioniert ja auch nicht für alle. Ja, also da muss sozusagen, nicht alle können jetzt aus dem Nichts sich einfach mehr Einkommen verschaffen. Nicht alle können Basketballprofi werden. Genau. Also du hast ja vorhin auch das Wort Gerechtigkeit in den Mund genommen und da, ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die diesen Wert sehr hoch in sich tragen und ich muss sagen, ich habe heftigsten Respekt vor dem Wert Gerechtigkeit, weil die Natur, die Welt, ist halt nicht gerecht. Also das heißt, wir haben da so wie einen Widerstand gegen das, was ist und das führt dann natürlich auch wieder zu so einem gewissen emotionalen Thema, oder? Das sieht man ja auch in der Politik, deswegen gibt es ja diese Spannungen, weil, ja, das heißt, Und jetzt? Ja, und jetzt? Ich wollte noch sagen, also die Inflation, die wir gerade haben, trifft die Leute auch total unterschiedlich, weil wenn du eine Gasheizung hast, dann bist du viel mehr am Arsch, als wenn du sozusagen Fernwärme hast oder eine Wärmepumpe schon eingebaut, ja, dann ist deine Preissteigerung viel geringer. Aber nicht jeder, wer zum Beispiel zur Miete wohnt in einem großen Haus, entscheidet man ja nicht selber, ob man eine Gasheizung hat oder nicht, das entscheidet dann der Vermieter zentral. Da kann man also gar nichts machen, ja, wenn du da wohnst und Gas wird teuer, dann musst du das schlucken, da musst du quasi woanders gucken, wo du woanders sparst oder dein Einkommen erhöhst. Aber diese Ungerechtigkeit, das ist quasi, niemand kann ja sein Leben darauf optimieren, bekommen wir jetzt noch mehr oder weniger Gas von Putin, ja, das ist ja so eine große politische Variable, so ein großes politisches Risiko, wenn man sich selbst im eigenen Leben darauf vorbereitet, wenn niemand dann deshalb mehr in Wohnungen ziehen will, wo irgendwie mit Gas geheizt wird, dann würden wir überhaupt nicht mehr klarkommen. Ja, das ist Politik, die dafür verantwortlich ist und das ist auch Politik, die das dann ausbaden muss, indem sie zum Beispiel die Leute entlastet, indem jetzt zum Beispiel in Deutschland kommt eine Gaspreisbremse, in dem dann Einmalzahlungen an die Leute fließen, damit sie eben diese hohen Rechnungen bezahlen können und klarkommen. Und Politik kann viel, viel mehr machen als der Einzelne. Der Einzelne kann sich, einige wenige können mit Glück sozusagen dann sich gegen diese Unwucht-Energie-Krise wehren, aber die Politik hat die viel, viel größeren Hebel und deswegen ist es natürlich auch rational, für Einzelne Forderungen an die Politik zu stellen. Also politisch zu sein, bedeutet ja auch, seine Interessen demokratisch einzufordern. Okay, politisch sein ist dann auch, jetzt schwingt hier auch mit, also im Sinne von, hey, aktiviere dich politisch, mehr Einkommen generieren oder dich auch entsprechend mal mit der Politik auseinandersetzen. Das ist auch ein Tipp. Ganz genau, und wenn wir nur über den Einzelnen reden, geht es natürlich auch darum, Kosten zu minimieren. Das ist für viele nur bedingt möglich, aber wenn man jetzt zum Beispiel ganz früh dann gesehen hat, okay, Gaspreise steigen an und man hat sich dann eine Wärmepumpe einbauen lassen und hat dafür die Handwerker gefunden, das dauert alles lang und so, hat man sich vielleicht auch ein bisschen schützen können. Aber ich glaube, es ist eine Illusion, dass jeder wirklich einfach da seines eigenen Glückes schmied ist und das schaffen kann, wenn er sich nur optimiert, weil es eben so ein großes, allumfassendes, politisches Problem ist. Ja, ich meine, ja und nein. Also, ein Beispiel, was überhaupt nichts mit Politik direkt zu tun hat, aber ich habe zum Beispiel vor acht Jahren die Entscheidung getroffen, mich vegan zu ernähren, weil ich gemerkt habe, dass ich jeden Tag mit meinem Kassenzettel einen Stimmzettel auch habe in der Hand, nämlich wen supporte ich und wen nicht. Das heißt, welche Unternehmen supporte ich und die Unternehmen, die für die Massenabschlachtung und Massenvergewaltigung von Kühen verantwortlich ist, habe ich gedacht, warum sollte ich denen noch Geld in den Arsch schieben? Macht doch gar keinen Sinn. Also, das vertritt nicht meine Werte. Und genau so kannst du jetzt aber auch sagen, hey, in der Politik, da habe ich auch ein Voting-Ticket. Jetzt aber trotzdem nochmal zu dieser Frage, weil ich fand das sehr spannend, so dieses weniger Geld ausgeben. Also, ich zum Beispiel habe versucht, zu merken, was brauche ich eigentlich gar nicht? Was will ich, was will ich eigentlich, obwohl ich es eigentlich auch einfach nicht haben müsste und es dann automatisch auch schon habe? Das ist ja für den Verstand das Gleiche, etwas zu wollen und etwas zu haben. Also, wenn du etwas hast, willst du es nicht mehr. Und zum Beispiel so ein Wort Autarkie kommt immer wieder in meinen Kopf rein, so dieses Optimieren für Autarkie, dieses nachhaltige Denken, dass man sich eben schon überlegt, so hey, wie kann ich vielleicht auch nachhaltig solchen Problemen oder proaktiv, ist vielleicht noch fast ein besseres Wort, proaktiv solche, also das sind zum Beispiel für mich so Tipps, die ich jetzt dem Einzelnen in meinen Coachings gebe, aber vielleicht noch mal zu diesem Thema Customer Decisions, gibt es für dich da auch irgendwo einen Ansatz, dass du sagst, hey, wenn ihr dafür Geld ausgebt, dann supportet ihr auch vielleicht die falschen Leute oder das falsche Ziel, wenn man so will? Kann man da auch ansetzen in deinen Augen? Jetzt mal wirklich im Mikro, stell dir jetzt mal vor, das würden 10 Millionen Leute hören, diesen Podcast und jeder von denen würde morgen eine neue Kaufentscheidung treffen. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied machen kann. Ja, gibt es einfachere und schwerere Sachen, also Veganismus ist zum Beispiel eine sehr einfache, bin ich außerdem auch am Start, weil die kann man gleich im Supermarkt treffen, ja, das ist einfacher, als jetzt sozusagen auf die Gasheizung zu verzichten, das ist ja viel, viel, viel komplexer. Kann nicht jeder gleich irgendwie, erstens gibt es nicht genug Wärmepumpen, die man dann zum Beispiel stattdessen einbauen könnte, ja, die werden einfach nicht produziert und die selbst zu produzieren in Autarkie und dann noch reinzubauen, das wird ziemlich effizient, dann kommen wir zu nichts anderem mehr. Deswegen haben wir ja auch Arbeitsteilung, deswegen gibt es ja auch eine Wirtschaft und wird die auch wirtschaftspolitisch gelenkt. Ist sozusagen jeder Kauf, also deswegen eine Stimme bedingt, würde ich sagen, sehr schwierig, weil die Spielregeln, die die Politik dafür setzt, was wie produziert wird, sind wiederum der viel größere Hebel als die Einzelperson, die was kauft oder was nicht kauft. Und global gesehen wird es noch schlimmer. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt alle sagen würden, wir wollen jetzt alle was fürs Klima tun, wir benutzen jetzt kein Öl mehr, wir fahren jetzt kein Auto mehr, wir verzichten jetzt auf Kraftstoffe. Nur mal rein hypothetisch. Was würde passieren? Deutschland fragt weniger Kraftstoffe nach, weniger Öl nach. Was passiert dann mit dem Ölpreis? Der Ölpreis geht runter. Wenn der Ölpreis runtergeht, gibt es andere Länder, die dann wiederum sagen und für die ist das dann total rational. Ah geil, Öl ist günstiger, dann benutzen wir jetzt mehr Öl. Das heißt, das ökonomische Gesetz, Märkte werden immer geräumt, ist nur eine Preisfrage. Wenn wir auf Öl verzichten, sinkt der Preis und woanders ist das ein Signal für andere, ah geil, wir nutzen den günstigen Preis, um mehr davon zu verbrauchen. Weltweit wird dann gar nicht weniger Öl verbraucht, sondern es verbrauchen nur andere. Und das ist sozusagen, da ist quasi gesamtsystemisches Denken anders als individualistisches Denken. Das ist so ein bisschen der Widerspruch, für eine Person ist es im Kinosaal gewinnbringend, wenn sie aufsteht, weil sie damit ihre Sicht verbessert. Wenn man jetzt sagt, alle müssen aufstehen, um ihre Sicht zu verbessern, was passiert, wenn alle stehen, hat keiner eine bessere Sicht, aber es ist deutlich unkomfortabler, weil alle stehen statt zu sitzen. Und diese gesamtsystemischen Probleme, sag ich mal, ja das Ganze funktioniert anders als das Einzelne, da ist es eben Aufgabe, das ist eben Aufgabe von Politik. Das hat die Frage, oder was ist das Ziel? Weil wenn jetzt das Ziel wäre, mehr Kalorien zu verbrennen, während ich einen Film schaue, dann sollten alle stehen. Wenn das Ziel aber Komfort ist, das ist ja auch wichtig, dass wir alle irgendwo das gleiche Ziel verfolgen, weißt du, sonst können wir uns ja auch wieder streiten. Und deswegen frage ich eben so, was ist das Ziel? Also im Sinne von, du hast vorhin ja so viele Sachen gesagt, wo die jetzt wahrscheinlich deine Opposition genau das Gleiche jetzt in diesem Podcast sagen würde. Die würden auch sagen, hey, wir wollen, wir wollen das alles. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie in der Politik so krasse gegensätzliche Meinungen entstehen können. Also deswegen bin ich auch immer noch so in vielen Bereichen apolitisch. Also nicht, dass ich nicht interessiert bin, aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass die jetzt in Amerika die freiheitsliebenden Republikaner, die für Freiheit stehen und dann sagen, hey, ich verbiete einer Frau abzutreiben in Texas, dann frage ich mich so, hey, merkt ihr eigentlich selbst, wie ihr euch in diesem Bereich jetzt irgendwo selbst verarscht? Also im Sinne von, es ist irgendwie so, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man einer Partei angehört, muss man dann auch alles, was vielleicht gar keinen Sinn macht, unterschreiben. Es kann ja nicht sein, dass eine Partei die Wahrheit gepachtet hat. Und deswegen, ich frage mich immer noch so, wo ist die Lösung hier? Wie kommen wir zu diesem gemeinsamen Konsens, dass die Leute, die eben Kalorien verbrennen wollen, während des Filmschauens nicht in das gleiche Kino müssen und es beide Kinos vielleicht auch gibt, aber man sich dann eben auch nicht mehr darüber streitet? I don't know. Ich glaube, da gibt es keine Lösung, weil es immer diese Interessenskonflikte geben wird. Was der eine will, schränkt den anderen ein. Das ist nun mal so. Deswegen ist die Welt halt auch nicht gerecht, weil es immer stärker und schwächer gibt. Und eben dieser Interessenskonflikt, der geht bisher meistens allerdings so aus, dass diejenigen, die sehr viel Geld haben und dass diejenigen, die vielleicht auch schon das produzieren, was man so gewohnt ist, zum Beispiel fossile Energie, dass die ihre Interessen viel eher durchgesetzt bekommen in der Politik als diejenigen, die wenig Geld haben, als diejenigen, die was Neues machen wollen, weil das Neue ist erstmal ungewiss. Aber es ist schon ein großer Hebel und es fängt im ganz Kleinen an. Wenn man jetzt zum Beispiel politisch wollen würde, dass vegane Lebensmittel, die halt gesünder sind, die weniger umweltschädlich sind, dass die gefördert werden, dass man es den Leuten einfacher macht, die zu kaufen, dann könnte man ja zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse, Hafer, Hülsenfrüchte, Nudeln und so weiter einfach streichen. In Deutschland gibt es immer noch 7% Mehrwertsteuer drauf, auf Hafermilch 19% auf normale Milch 7%. Das heißt, der Staat sorgt dafür, dass Hafermilch teurer gemacht wird. Ja, und Subventionen für Milchbauern. Aber das ist sozusagen, das ist ein Beispiel dafür, wie Politik halt es auch leichter machen kann, den Menschen, Anreize schaffen kann, damit im großen Stil vernünftige Verhaltensveränderungen stattfinden. Ja, weil wenn das Hackfleisch, was soll eine arme Familie machen, wenn das Hackfleisch dann, man ist das gewohnt, kulturell, und dann ist das halt auch noch günstiger als irgendwie die vegane Variante davon oder frisches Obst und Gemüse, das ist ja absurd. Und da sieht man eben, was sozusagen Politik für einen großen Einfluss haben kann. Und deswegen ist es auch wichtig, eben, dass halt diejenigen, die was verändern wollen und diejenigen, die enttäuscht sind von Politik, dass die sich versuchen, eine Stimme und eine Lobby zu verschaffen und nicht sozusagen resignieren und sich dem System abwenden. Weil ich glaube, wenn das jeder für sich macht, dann sind die anderen, die immer noch sozusagen dann kollektiv, gemeinsam ihre Interessen einfordern von diesem großen Hebel Politik, halt im Vorteil. Also individuell das Beste für sich irgendwie rauszuholen und zu machen und sich aufzuklären und zu informieren. Alles schön und gut, auch wichtig, auch für sich persönlich, für Persönlichkeitsentwicklung und so, natürlich alles top. Aber die Politik, den großen Hebel nicht vernachlässigen. Ja, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil das ist jetzt etwas, was ich dich eh gefragt hätte, weil es mich interessiert. Wen siehst du denn aktuell so, wenn du jetzt die ganze Welt betrachtest? Alle, jetzt sind es glaube ich acht Milliarden Menschen gerade geworden, alle acht Milliarden Menschen offiziell. Wer hat in deinen Augen in den letzten Jahren für die krasseste Veränderung gesorgt? Also wen hat dich auch am meisten inspiriert vielleicht? Wer ist diese Person, wo du sagst, boah, der hat das richtig durchgezogen die letzten Jahre? Das ist eine schwierige Frage, weil es natürlich ganz, ganz verschiedene, ganz verschiedene Bereiche gibt, für die man sich interessiert und wo man, also kommt auf das Ziel an. Was soll sozusagen der Nutzen gewesen sein? Wo du dich jetzt interessierst halt. Ah, okay, okay, okay. Also ich habe, ich mache ja viel Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik und da gibt es zum Beispiel in den USA eine Ökonomin, Stephanie Kelton, die hat, die hat einen Bestseller geschrieben, etliche Vorträge gehalten und die hat damit auch sozusagen den öffentlichen Diskurs in den USA stark beeinflusst, sodass zum Beispiel nicht mehr so einfach ist zu sagen, Geld ist knapp, Schulden sind das Böseste, was es gibt für einen Staat und deswegen können wir uns x, y und z nicht leisten. Das sind aber natürlich sozusagen bei Wirtschaftsthemen sind die Veränderungen und die Schritte, die man geht, ganz, ganz klein und ganz abstrakt. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe und mich anstrenge, sehe ich relativ schnell im Spiegel und wie ich mich fühle und an meinem Körper sehe ich sozusagen den Erfolg. Aber bei Politik, gerade bei Wirtschafts- und Finanzpolitik, ist es halt, weil, ist es halt träge, das System und es ist ganz schwierig, da zu sagen, Person, die Person macht das und das bringt Y. Es sei denn, die Person wäre an der Regierung. Ja. Vielleicht das Beste, was in Regierungs, was zum Beispiel die deutsche Regierung in letzter Zeit gemacht hat, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich jetzt den Mindestlohn zu erhöhen, weil das diejenigen, die so schlecht verdient haben, zehn Euro vorher noch, denen jetzt sozusagen ein Stück weit mehr Einkommen gibt, diejenigen, die am härtesten auch getroffen sind von der Inflation, die am wenigsten Puffer haben, da was zu machen. Man muss sich das mal vorstellen, in Deutschland, also auch wenn man immer sagt, ja, jeder soll irgendwie sparen und investieren, 40% der Deutschen haben quasi keine Nettovermögen, das heißt, sie haben keinen Puffer auf der Seite, keine Ersparnisse, auf die sie jetzt zurückgreifen können. Die unteren 10% sind sogar verschuldet, da stapeln sich die Rechnungen und der Sparkassenpräsident hat zuletzt gesagt, dass in der Krise 60% der Deutschen es nicht mehr schaffen, neue Ersparnisse zu bilden. Also die Leute verdienen was und müssen das alles ausgeben, um im Alltag klarzukommen und das nimmt einem natürlich auch die Möglichkeit, vorzusorgen, irgendwie was zu erreichen, strukturell. Okay, das heißt, das Thema Mindestlohn, das ist ein wichtiges Thema für dich, aber auf der anderen Seite ein bedingungsloses Grundeinkommen findest du nicht so geil, habe ich gelesen, oder? Das stimmt, das stimmt. Das stimmt, das ist für mich zu, das ist der Shortcut, das ist die Abkürzung, die gut gedacht ist, aber schlecht gemacht, weil so meine Dystopie von einem bedingungslosen Grundeinkommen bedeutete ja, jeder kriegt, ich sag jetzt einfach mal, 1200 Euro jeden Monat überwiesen und kann damit machen, was er will, ist so die Dystopie, jeder hat das Geld und kann bei Amazon bestellen, was immer er will, hat da ganz viel Konsumfreiheit, aber die Produktion, die dafür notwendig ist, findet halt nur noch in irgendwelchen Megafabriken von Jeff Bezos statt, so scheiß Bedingungen und die Produktionsseite der Welt wird total vernachlässigt, ja, und ich würde sagen, für mich ist A wichtig, dass die Leute klar genug konsumieren können, also global jetzt, dass das, aber, also dass es dann global zu Disbalancen kommt. Global, aber auch im Land selber, weil das BGE einen davon freikauft, die Politik vielleicht davon freikauft, dafür zu sorgen, dass es gute Arbeit gibt, dass es genug Arbeit gibt, dass die Spielregeln da vernünftig sind, weil man sagt, hey, wir überweisen euch doch 1200 Euro und dann ist gut, bitte Füße stillhalten, was wollt ihr denn noch mehr? Und das ist, das ist für mich sozusagen ein Freikaufen von politischer Verantwortung und dann könnte das System am Ende schlechter sein, als es vorher war. Ich finde zum Beispiel eine ganz andere Idee geil, wenn wir über sowas reden, zum Beispiel die Idee einer Jobgarantie, dass der Staat sagt, jeder, der Arbeit sucht, aber in der Privatwirtschaft keinen Job findet, weil es gerade nicht genug Jobs gibt, kann einen gemeinnützigen Job zum Mindestlohn vom Staat bekommen. Es gibt ja genug zu tun, also man muss ja nur umgucken, und man sieht ganz viel Arbeit, Feldwege ausbauen, Projekte in Schulen, Kunstprojekte, Musikprojekte, Nachhilfe, gesundes Frühstück an Schulen, kleine Bauarbeiten, Flüchtlinge, 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 die Integration erleichtern, die beim Supermarkt Einkauf zu unterstützen, Familien, Sportevents in der Stadt zu veranstalten, Spielplätze zu kontrollieren, ob die sicher sind. Also es gibt ganz viele Tätigkeiten, zum Beispiel in Deutschland gibt es noch die Tafeln, das sind die, die Essensspenden an Bedürftige verteilen, die brauchen Ehrenämter, die sind gerade in der Krise überfordert, weil zu viele Menschen da hinkommen und Essen brauchen und die nicht genug Ehrenämter haben. Und da sage ich mir, wenn wir Arbeitslose haben, die was suchen, aber nichts finden, dann wäre es das Beste, denen gemeinnützige Jobs zu geben. Und das kann der Staat sich leisten. Und es wäre natürlich für alle besser, weil wenn jemand seinen Tag damit zubringt, was zu produzieren, was für die Gesellschaft zu machen, beizutragen, ist das ja viel, viel besser, als sozusagen Arbeit zu suchen, aber keine zu finden. Und das hat noch ganz viele andere positive Effekte. Am meisten positive Effekte hätte es das tatsächlich in den Ländern, wo auch ganz viel Schwarzmarkt ist, wo Leute, weil sie so verzweifelt sind, dann an der Straßenecke irgendwelche Jobs anbieten, wo kein Recht sich schützt, wo es keinen Arbeitsschutz gibt, wo sie einfach ausgeliefert sind. Wenn die eine staatliche, gemeinnützige Alternative hätten, dann würde das denen Macht geben, dann würde das deren Lebenssituation total verbessern, würde die empowern. Weil niemand würde ja im Privatsektor schlechtere Bedingungen akzeptieren, als er sozusagen dann vom Staat bekommt. Man sieht also eine Untergrenze an akzeptablen Bedingungen ein. Niemand würde für weniger Geld arbeiten zum Beispiel. Ja, das ist für mich was. Ja, da machen wir die Produktionsseite unserer Welt. Das, was wir, das, was wir uns selber herstellen in Arbeitsteilung, ja, wie wir uns selbst Wohlstand produzieren, das machen wir damit zugänglich für alle und dann verbessern wir die Qualität, wie es gemacht wird. Und darum geht es für mich. Wenn wir eben über vegane Nahrungsmittel gesprochen haben, geht es für mich auch darum, da neue Regeln einzuführen, ja, also wie kann was produziert werden, wie teuer wird was gemacht, was dann umweltschädlich ist oder tierschädlich oder auch gesundheitsschädlich, ja. Menschen stopfen sich alle voll mit Fleisch und produzieren natürlich auch dann wiederum mehr Gesundheitskosten im Gesundheitssystem. Also es gibt ganz viele Ineffizienzen, die man halt angehen könnte und ich finde, da enttäuscht die Politik, weil die Politik sich an den falschen Mantras aufhängt. Zum Beispiel, dass Geld knapp ist und der Staat keine Schulden machen soll und ich würde sagen... Also doch nicht politisch werden. Ja, doch politisch werden und das halt ändern und einfordern, ja, und die Politik abstrafen, indem man der nicht die Stimme gibt, wenn sie eben solche Politik macht, ja. Weil wenn sie die Politik weitermacht und quasi alle alle, sagen wir mal, Vorzeichen darauf stehen, dass es braun und tierschädlich und umweltschädlich ist, dann kann man als Einzelner mit viel Mühe, ja, und Aufklärung und Kritiksein sich vielleicht daraus befreien, aber nicht die Masse der Leute, aber es braucht ja die Masse der Leute, damit man genug Progress erzielt, ja, damit man was geregelt bekommt auf der Welt, in der Gesellschaft. Mhm. Okay, also kann man abschließend sagen zu dem Thema Inflation, dass das eigentlich nicht das Kernproblem ist, sondern du sagst jetzt, hey, das Kernproblem ist eigentlich, dass wir viel zu individualistisch denken, dass wir das Gesamtsystem nicht sehen und deswegen halt einfach auch ganz andere Sachen im Vordergrund stehen sollten und nicht nur einfach mit dem Finger auf dieses Wort Inflation gezeigt wird, im Sinne von, oh, wir haben jetzt alle dieses Problem, weil zu viel Geld gedruckt wurde. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ja, da kommt jetzt natürlich einiges sozusagen zusammen. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Inflation ist auf jeden Fall ein Problem, weil es Kaufkraftverlust bedeutet und wer wenig Kaufkraft hat, der ist halt der Gelackmeierte. Aber ich würde sagen, der Einzelne, der muss sozusagen politisch sein, um sich gegen diesen Kaufkraftverlust zu wenden, um das Problem zu verhindern. Und Inflation als sozusagen die Ursache von Inflation, das wir jetzt zusammenfassen, das ist halt viel, viel komplexer, als irgendwo wird auf dem Knöpfchen gedruckt und dann gibt es mehr Geld und das wiederum führt zur Inflation. Interessanterweise ist die Schweiz außerdem, das hatte ich mir vorher nochmal angeguckt, die Schweiz ist mit Japan das Land mit der Zentralbank, die das meiste Geld gedruckt hat in den letzten zwei Jahrzehnten. Aber Japan und Schweiz sind die Länder mit der geringsten Inflationsrate im Vergleich zu China, USA, Europa, Großbritannien. Also gibt es ganz viele Widersprüche, empirisch auch, wenn man sich einfach die Fakten anguckt, die diese, sage ich mal, Theorie, mehr Geld, gleich mehr Inflation infrage stellen. Vielleicht jetzt eine Frage nochmal an dich persönlich so, was machst du denn selbst jetzt aktuell mit deinem Geld, um dich vor Inflation zu schützen? Weil das ist ja auch wieder so eine Frage, die ich immer super spannend finde für Leute, die sich sehr mit dem Thema beschäftigen. Ja, was macht, also, bei mir ist tatsächlich, ich bin aber auch eine Ausnahme, weil ich nicht sozusagen einen klassischen Lebensstil habe von jemandem, der um neun Uhr zur Arbeit geht und um 17 Uhr aufhört und einen Job hat, weil ich halt sozusagen so viele Bälle gleichzeitig im Spiel habe, ich bin angestellt, gleichzeitig bin ich selbstständig mit Podcast und Content Creation und YouTube und so weiter, dass ich da immer auch investiere und halt Geld ausgebe, um das größer zu machen, ja, neben sozusagen meinem klassischen, neben meinem Angestellten, einer Angestellten-Tätigkeit, da habe ich halt sozusagen, ist natürlich auch angenehm, da habe ich ein sicheres Einkommen, was immer läuft und nebenher sozusagen was aufzubauen mit dieser Sicherheit. Man hat natürlich weniger Zeit, ja, weil Wir wollen aber auch viele nicht riskieren, wollen auch eben, ich wollte gerade sagen, das machen ja viele, sind sich zu komfortabel, die wollen das gar nicht, was du machst. Das ist ja auch wieder extra Aufwand, den du hier betreibst. Ja, stimmt. Mehrwert, den du schaffst. Stimmt, stimmt, ist extra Aufwand. Kann aber, würde ich aber auch sagen, wiederum, können andere auch machen, aber kann nicht sozusagen jeder machen, weil es braucht ja Nachfrage, die das kauft, was ich anbiete, was ich produziere, was du anbietest, was du produzierst. Wenn alle das machen würden, da gäbe es ja gar nicht sozusagen genug Nachfrage, dass das für alle dann gleich viel da wäre und so ist halt dieser, da sind wir wieder bei dem Kuchen und den Stücken, die man sich nimmt und so versucht man natürlich, versucht jeder so ein größeres Stück vom Kuchen zu bekommen und bei mir geht es eben vor allem darum, also ist jetzt weniger sozusagen Geld anlegen, Finanzmärkte und so, sondern mehr investieren in mich, in das, was ich mache, auch um, wenn du eben sagst, Mehrwert, Mehrwert, auch natürlich, um mehr Mehrwert für andere zu erzeugen, weil wenn ich bessere Qualität produziere, wenn ich mir mehr Zeit nehmen kann, wenn ich selber mehr sozusagen konsumiere, mehr Input mir gebe, kann ich auch den anderen wiederum mehr Output geben, also investieren, vielleicht auch nicht nur im Geldsinne, sondern auch natürlich intellektuell, ja, das ist eher bei mir das Thema, aber ich habe Glück, das sozusagen inflationsmäßig ich jetzt nicht deswegen irgendwie an einem Hungertuch nagen muss oder so, ja, ich gehöre dann eher zu dem Privilegierteren, wie du sicherlich auch, die sozusagen jetzt, wenn der Alltag ein bisschen teurer wird, nicht gleich am Existenzmimum dran sind, deswegen kann man das jetzt auch nicht übertragen auf andere, also wenn man sich jetzt einen Familienvater vorstellt, mit einer Frau, die nur Teilzeit arbeiten kann und die Kinder müssen versorgt werden und dann gibt es Krankheitsfälle und der Arbeitgeber gibt nicht mehr Lohn, ja, dann ist sozusagen das eine ganz andere Ausgangssituation, dann ist der Struggle ein ganz, ganz anderer, da weiß ich schon, dass meine Position privilegiert ist, ja. Ja, es geht ja eher so darum, wenn extra Geld vorhanden wäre, weißt du, weil du bist ja auch zum Beispiel auch kein Krypto-Fan und ich sehe jetzt zum Beispiel, was jetzt gerade letzte Woche passiert ist, da haben Menschen Milliarden verloren, weil sie einfach wieder irgendwie gezockt haben und da sage ich halt, also da bin ich auch kein Experte, aber wenn ich jetzt so rein aus dem Gefühl gehe, sage ich wie du, Maurice, so, natürlich ist es schwerer für einen Familienvater, aber wenn ich in meine Weiterentwicklung investiere, wenn ich mich als Aktie sehe, dann kann ich auch meine Hände ausstrecken und beim Arbeitgeber mehr Geld verlangen, weil ich mehr Verantwortung übernehme oder eben entsprechend auch mehr Wissen einbringe in meine Position, das heißt hier, also das ist zum Beispiel ein Denken, das ich fördern möchte, das ist zwar wieder sehr individualistisch, ja, aber eben auch mit dem Ziel, wieder fürs Kollektiv mehr zu machen, also das ist so diese Aufwärtsspirale und deswegen würde ich sagen, dass es vielleicht für Familienväter mit drei Kindern nicht der Bitcoin sein sollte, sondern vielleicht eben sich selbst oder vielleicht eben auch eher Unternehmen, also vielleicht eher ein Unternehmen, das schon seit 50 Jahren am Markt ist und halt eine Dividende auszahlt, das Beispiel, jetzt irgendein ETF over Bitcoin. Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen wollte ich einfach wissen, ob du da vielleicht noch irgendwie andere Assets hast. Das ist jetzt nicht das Hauptthema, aber es ist immer wieder spannend, das von jedem so individuell zu hören. Stimmt. Also habe ich, will ich aber selten darüber reden, weil ich ja auch sozusagen makroökonomisch und wirtschaftspolitisch rede und dann darum soll es mir vor allem gehen und nicht sozusagen um meine eigenen Entscheidungen. Bitcoin, ganz kurz, ist ein geiles Beispiel, woran man sehen kann, dass nicht alle, wenn sie jetzt in Bitcoin investieren, gewinnen können. Denn der Bitcoin, da kann ja nur ausgezahlt werden an Gewinnen, was vorher eingezahlt wurde. Ja, die Leute müssen sozusagen Euro gegen Bitcoin tauschen oder Dollar gegen Bitcoin tauschen und dann nachher wird es wieder gegen Euro Euro und Dollar zurückgetauscht. Ist wie ein Pokertisch, ja, ein Pokertisch, alle Spieler bringen Geld mit, legen es auf den Tisch, zocken und dann wird umverteilt. Einer kann gewinnen, mehrere können gewinnen, aber das geht sozusagen zu Lasten der anderen. Es ist ein großes Umverteilungssystem, eigentlich ein Nullsummenspiel, weil nur umverteilt wird, was halt auf den Tisch gelegt wird. Da unterscheidet sich der Bitcoin halt auch von einer klassischen Aktie, weil da ist ein Unternehmen dahinter, da gibt es eine Dividende, da wird was erwirtschaftet. Beim Bitcoin wird ja nichts erwirtschaftet. Und wenn man ganz korrekt ist, ist es sogar ein Negativsummenspiel, ähnlich wie im Casino, weil im Casino muss das Casino bezahlt werden für die Infrastruktur, da muss man dann Gebühren zahlen. Beim Bitcoin ist es so, dass die Miner ja bezahlt werden müssen. Und die Miner, die verbrauchen Strom, die verbrauchen Hardware, die müssen sie erstmal in Euro und Dollar außerdem kaufen. Also Bitcoiner, die immer sagen, wir sind ganz unabhängig von Euro und US-Dollar, schon ohne einen Staat mit einer Strominfrastruktur, wäre nicht schon gefickt. Ja, also es würde schon nicht gehen. Und deswegen müssen alle Bitcoiner, die da einzahlen, müssen ihre Miner finanzieren. Heißt, nicht alle, die sich beim Bitcoin beteiligen, können gewinnen. Einige gewinnen, andere verlieren. Wer mit Gewinn, Kursgewinnen, die realisiert aussteigt, der nimmt Gewinne mit, die andere dann finanziert haben. Und daran sieht man gut, dass solche Systeme für einen Einzelnen halt funktionieren können. Ja, also man selbst, wenn man früh genug eingestiegen ist und dann rausgeht, kann man Profit machen. Aber nicht jeder. Und deswegen würde ich auch zum Beispiel sagen, Leute, die selbst fett bei Bitcoin investiert sind und dann da groß Werbetrommeln für rühren, ja, und sagen, das wäre irgendwie die Rettung unseres Geldsystems. Also es ist ein ganz klassischer Interessenskonflikt. Weil die profitieren davon, wenn mehr Leute nachkommen und sich da einkaufen, weil dann der Kurs steigt und auch die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Gewinn aussteigen kann. Da sieht man wiederum, dass das System, das große Ganze, bisschen die wahre Hürde ist und nicht das, was der Einzelne an optimaler Entscheidung trifft. Entscheidungen trifft. Ja.